Von diesem Bluthochdruck kann man sich runterdenken. Das geht auch, aber es gibt auch Leute, die einfach zerbrechen. Dann gehe ich auf die Toilette, wenn ich Druck habe. Gut, aber es gibt auch sowas wie positiven Druck. Im Sex, ehrlich gesagt, gibt es auch Druck. Und sie versuchen halt über die Schiene Sex diesen Ausgleich zu schaffen, dass sie entspannt werden, funktioniert nie. Und viele wissen das ja und nehmen das auch so hin und wollen es ja auch so. Dieses beobachten zu müssen in der freien Natur ist ja viel anstrengender, als wenn ich mich jetzt in meinen Sessel setze und da ist es. Was mir dann einfach hilft, ist mir zu sagen, es geht jetzt nicht nur um dich. Ja, es hat schon ein bisschen gedauert, also es dauert ja. 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 Ja.